Meine Damen und Herren, Sie hören die zwei, es ist Sonntag und mein Kollege Fleischhammer ist auch mit am Mikrofon. Es habe meine Zeit gefunden, um uns hier heute begrüßen zu dürfen. Sollen, müssen, können. Ich winke bis morgen. Bis dahin. Tschüss. Ah, wieder blöd. So schön, so viel gut. Folge 43. Wow, haben wir das Jahr fast durchgezogen, ne? Also bald ein Jahr durchspielt, ja, ja, ja. Durchgespielt. Wir haben das Game, das Podcast-Game ist durch. Das ist unser längstes Let's Play, kann man das so sagen? Ich würde sagen, wir haben ja schon einiges zusammen gespielt, also Seven Days of Dice erlang zusammen. Ich glaube, das ist wesentlich länger. Ja, gut, ja, ja. Aber das zählt ja auch irgendwie nicht, das ist ja schon fast cheatend. War das jetzt hier oder Seven Days? Ne, ja, genau, die Let's Plays mit Seven Days, weil das sind ja immer unterschiedliche Sachen. Deswegen, ja. Ja. So. Geht's dir gut? Wie geht's mir? Wie geht's mir? Ja. Es geht mir gut. Heute war der erste schöne, richtig schöne, warme Tag. Was? Aber es ist auch schon die ganze Zeit relativ warm, oder? Ne, aber so richtig, wo du draußen mit kurzer Hose, kurzer T-Shirt und kurz vor Sonnen brennt. Ja, das stimmt, das ist... So war, das war gut. Ich hab gestreamt, ne? Und heute ist Ostern? Stimmt, heute ist Ostersonntag. Ey, schönen Ostersonntag. Ich wünsche dir nochmal schöne Ostern, jetzt nochmal offiziell. Ja, euch auch. Und vor allem ist Ostermontag, wenn ihr das hört, draußen an den Empfangsgeräten daheim, ist es für euch ja am Zweifelsfall noch Ostermontag, also... Bist du eigentlich, wenn man ein Osterfeuer macht? Ne. Macht man das heute? Also Sonntag? Ist das Ostersonntag? Ich meine schon, ne? Also normalerweise, Osterfeuer war ja immer sowas, wo du nochmal weg bist früher, irgendwie bei uns an Main, also an den Fluss, der so durch Hanau damals, als ich, also da bin ich groß geworden, geflossen, ist geflossen, er fließt ja immer noch durch. Und dann weiß ich, Osterfeuer war doch immer so ein Abschluss, aber war das sonntags? Musste man am nächsten Tag arbeiten? Also in meiner Wunsch war das so, dass man, naja, auch dann auch getrunken hat und ich... Richtig, das meine ich ja. Deswegen würde man ja nicht getan, wenn man arbeitet. Wenn man am nächsten Tag arbeiten gewesen wäre, ne? Meine ich, aber... Es war schwierig. Langes her. Weißt du noch damals, als man noch rausgehen durfte? Das ist auch lange her, schon wieder, ne? Ja, ja. Das ist schon fast anderthalb Monate, oder? Ja. Ist so, ne? Dass wir jetzt so... Lockdowns sind. Lockdown, das klingt immer so hart, das klingt wie so ein Film. Lockdown in den Hauptrollen, in der Welt, in der Welt, wo der Virus um sich greift. Aber heute ist auch der Tag, an dem in den Nachrichten erstes Mal stand, dass wir mehr Genesene als Kranke haben. Ja, ja. Aber das ist ja normal. Kann nicht sein, dass das am Dienstag ändert, aber... Aber was mich beunruhigt hat so ein bisschen, und ich will natürlich jetzt die Zuhörer hier nicht beunruhigen, aber... So spät. Auf dem Discord wurde doch hier gepostet irgendwie, dass in... Äh, Südkorea meldet neue Erkrankungen bei 91 Geheilten. Wer weiß, wie repräsentativ rp-online ist, aber da war von Coronavirus, dass, genau, geheilte Leute wieder erkranken können. Schwierig. Das wäre ja eine bad motherfucker, die sagen. Das wäre eine blöde Sache, ja, aber... Hm. Glaube ich jetzt einfach erstmal noch nicht dran. Machen wir so. Frisch. Möchte ich nicht dran glauben. Ja, 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 ja. Also, es kann natürlich immer mal sein, ne, die Ausnahme und Bestätigung und Regel. Ja, aber ab wann bist du gesund, ist die Frage. Also, wann sagt ein Doc, jetzt hast du es hinter dir? Weil du keinen Fieber mehr hast, oder was? Oder ist der Virus nicht mehr nachweisbar im Blut, oder wo macht man das fest? Nicht, dass wir daran festmachen, dass der Virus nicht mehr nachweisbar ist, denn der ist noch zwei Wochen nach Genesung wohl, also du bist noch weiterhin ansteckbar. Ansteckend. Ansteckend, ansteckend. Ist auch geil, ja. Ja, gut, im zweiten Fall jetzt auch noch ansteckbar. Ja, das wäre jetzt auch blöd. Das wäre... Weiß ich nicht. Also, muss man auf sich zukommen lassen. Also, ne, das ist alles spekulativ. Und ich glaube, es bringt halt auch nicht viel. Ich sehe das halt immer wieder auch in Livestreams oder in Kommentaren auf YouTube oder sowas. Oder auf Twitter oder wo auch immer in den Kommentaren, dass Leute ziemlich viel... Wie soll man das sagen? Halbwahrheiten verbreiten würde ja nicht passen, weil das machen wir ja ganz genauso. Aber sehr oft so das Böse hinter dem ganzen Muten. Weißt du, das finde ich voll anstrengend irgendwie, weil ich verstehe nicht, warum. Also, weißt du, warum denkt man denn, dass grundlegend die Menschheit oder die Gesellschaft irgendwie böse... Also, wie kommt man überhaupt auf Verschwörungstheorien, ist immer die Frage. Was muss denn passieren, dass du denkst, Corona ist eigentlich eine Erfindung des Staates und die wollen uns alle klein halten. Und oder am besten vielleicht noch, Corona ist eine Erfindung von, wie heißt sie? Von Trump. Na, der hat jetzt... Hier, die Kleine, die Schwäden hier. Greta. Greta. Das ist eine irre Idee, damit wir auch alle nicht mit Autos fahren und so. Gibt ja die krudesten Sachen. Das, also wirklich. Wie kommt man auf so was, das verstehe ich immer nicht. Genau, ich verstehe, also, dass man den Gedanken anschlägt und drüber nachdenkt, dass das so sein könnte. Also, weißt du, so... Ja, also, weißt du, wenn man sagt, richtig, wie du sagst, das... Ich denke mal, du meinst das so. Wenn du sagst, stell doch mal vor, wie das wäre, wenn, so... Ja, genau, spekulativ. Aber spekulativ, genau. Aber nicht so militant und überzeugend, überzeugt, so. Also, ich hab das damals beim 11. September so gehabt, weißt du, so, da dachte ich so, ja, das ist jetzt alles so, weißt du, mit rechten Dingen... Weißt du, so Dokumentationen und so, ob das jetzt, ob, weißt du, kann, können so eine, ist halt ein riesen Zufall, dass so ein Gebäude einstürzen kann. Ja, und solche Sachen, also, wenn man sich den anguckt, also... Ich hab, keine Ahnung, weiß es nicht, also, ich will das jetzt auch nicht ausbreiten, das Thema, aber ich find's halt immer krass, mit welcher schon fast missionarischen Überzeugung, weißt du, wie so ein irrer Gläubiger. Du versuchst, Leute zu missionieren oder denen versuchst zu vermitteln, dass das ein riesen Schmuh ist, weißt du, das krieg ich nicht auf die Kette. Warum macht man das? Also, warum... Was hast du sonst für wenig Sorgen in deinem Leben, dass du dich da so engagierst? Bei Facebook geht auch rum. Also, ich bin nicht bei Facebook. Da ist ja schon Facebook das Problem. Ja, ich bin nicht bei Facebook, aber... Ach, schon ewig nicht mehr, übrigens. Sehr lange nicht. Ich hab auch kein Problem damit. Aber meine Frau, und die erzählt mir dann immer die wichtigsten Dinge, und heute hatte sie mir erzählt, oder den jeden Tag hat sie mir erzählt, dass es doch tatsächlich Leute gibt, die glauben, dass wir zu Hause eingesperrt sind, also einen Lockdown haben, damit der Staat die Flüchtlinge ins Land lassen kann, damit wir das nicht merken. Echt? Da steigt bei mir in so eine Wut auf, innerlich, weißt du, also... Also, wirklich wahr. Das ist wie an Camptrails glauben und sagen, das ist die Hirnwesche, das ist Gedankenkontrolle. Das ist aber ganz viele so. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Die Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Da hab ich mal so gut drüber gesehen, über die Flat Earthers oder was. Also, da hab ich auch... Genau, und das war auch so militant, weißt du, die dann da sitzen und sich in diesem Wissen suhlen, weißt du, so... Also, in diesem Wissen so sonnen und darstellen und... Ja, ich werde das schon alle sehen, weißt du, so... So, so wie in so einem schlechten Film, weißt du, so überzeugend, wie ich irgendwie, weiß ich nicht... Die besten... Unser Freund, unser albelheitsbeliebter Freund Naidu ist ja auch so einer. Ja, ja. So ein Verschwörungstheoretiker. Ja, sicher, zumindest, ja. Also, meine ich jedenfalls. Aber ich glaub, da gibt's einige. Und ich glaub, wir haben bestimmt auch welche unter unseren Zuhörern. Ich weiß noch nicht, wie sinnvoll das ist, sich dazu zu bekennen in unseren Kommentaren oder so. Weil, also, das mein ich ganz ernst. Nicht, also... Es kann ja jeder glauben, was er will. Ich find halt immer dieses Missionieren immer schwierig. Weißt du, wenn du privat da zu Hause sitzt und guckst dir hunderte von Videos und Abhandlungen an und bewegt euch da in eurer Bubble, alles cool, aber versucht nicht, andere zu überzeugen oder sowas, weißt du? Es gibt eine Internetseite, also das Planet Wissen. Ich hab jetzt einfach mal gegoogelt, die Top Ten oder die besten Verschwörungstheorien. Platz Eins ist immer noch die inszenierte Mondlandung. Ja, ja. Und machen die daran fest, dass die Flagge nicht, dass die Flagge steht, ne? Also die, die... Dass da keine Bewegung drin ist von... Beziehungsweise, dass sie halt einfach gerade ist. Und irgendwie irgendwelchen Schatten und so ein Quatsch. Ja, ja. Ja, das hab ich auch gesehen. Da hat er auch schon mal die Müsbusters. Die hatten auch mal eine Folge drüber, wo die das erklärt haben. Mit dem Kamerawinkel, bla, bla, bla. Ja, all so ein Kram. Ich mein, natürlich, natürlich in so Propaganda-Zeiten der Kalte Krieg, ich glaub, dass da schon viel geschmut worden ist, weißt du? Also, dass da schon viel, nicht nur Propaganda mündlich gestreut worden ist, um den Feind zu verunsichern und so ein Kram, sondern halt auch solche Dinge. Aber es gibt so vieles, weißt du, wo ich mir denke, warum weißt du davon, wenn das ein Geheimnis ist? Weißt du? Warum bist du der einzige cleverste Mensch in der Welt? Ja, oder ein geringer Teil weiß es und der Rest hält irgendwie den Mund. Schwieriges Thema, wirklich schwieriges Thema. Ich behaupte aber immer noch Leute, die da so intensiv dran glauben und militant versuchen, andere zu überzeugen und so weiter, die haben sonst keine Sorgen in ihrem Leben. Also nicht wirklich große Sorgen. Ja. Dass sie sich damit so intensiv auseinandersetzen. Ich meine, es ist schon ein spannendes Thema, aber ich glaube, dass man, weißt du, wenn dann so Videos kommen, ja, der hat das und das gesagt, guck dir das Video mal an, der hat das genau erklärt, weißt du? Ja, aber das ist einer von vielen, die Videos im Internet machen und nicht, weil es im Internet ist, es ist Wahrheit, ja, also. Diese, warst du schon mal in Bielefeld? Nee, siehst du, bestimmt gibt es die Stadt gar nicht. Ist tatsächlich ein Glaube, ne? Ja. Also wirklich, ja, manche Menschen, da. Damals hat doch, kennst du Günter Wallraff, sagt dir das was? Ja, ja, ja. Er hat ja sich damals, er hat ja das Buch geschrieben ganz unten, wo er sich über einen gewissen Zeitraum als Türke verkleidet hat. Ja. Also da hat sich eine dunkle Perücke aufgesetzt, also die Haare gefärbt, hat ein Schnurrbart entsprechend wachsen lassen und hat dann in verschiedenen Situationen die Erlebnisse als Türke geschildert in Deutschland. Im Fußballstadion mit Bier bekippt worden, bei McDonalds sich verbrannt und keinen hat es interessiert und an solche Sachen aufgedeckt. Also der hat ja so als Enthüllungsreporter gearbeitet. Ja. Ja. Und da hat mal der Comedian, der Hagen Reeter, hat er mal gesagt, habt ihr schon mal Günter Wallraff und Barack Obama auf einem Foto zusammen gesehen? Ja. Ja, das ist ja mein... Siehste. Siehst du? Bescheid. Ja. Es gibt sogar eine Wikipedia-Seite, Liste von Verschwörungstheorien. Ja. Hau mal was raus. Was ist, ob wir hier mal bleiben? Reptiloide seien menschenähnliche intelligente Wesen, die von Reptilien oder Reptilienartigen außerirdischen abstammen. Sie hätten die Erde unterwandert und seien ein Teil der geheimen Pyramidenartigen Organisationsstruktur. Ja, die in der Hohlerde wohnen. Äh, 20. Jahrhundert sag ich nur. 20. Jahrhundert. Hm. Flat Earth ist schon seit 1900. Okay. Krass. Ach, es ist... Es ist viel. Es ist viel. Es ist eine lange Seite. Kann ich ja mal verlinken. Warum? Mach mal. Es ist ja Wahnsinn. Es ist ja Wahnsinn. Mann, 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 die Leute. Ja. Interessante Sache. Ja, wird mir schon sein. Okay. Ja. Aber die haben auch alle Unrecht. Die haben alle recht. Vielleicht haben alle recht, genau. Ja, ja, absolut. So Illuminati-Style. Weiß man nicht. Ja. Weimaurer, bla. Wir haben jetzt, glaube ich, alles gedroppt, was diese Folge auf YouTube schwierig werden lässt. Ja, vielleicht kriegst du ja jetzt einen Brief oder wenn du jetzt eine komische Mail kriegst, dann wirst du ja. Stimmt. Stimmt alles. Nicht von YouTube, sondern von irgendjemanden über YouTube, der dann dich jetzt zurecht weist. Ich weiß nicht, ob wir letztes Wochenende, äh, letztes Wochenende, also ja doch, schon letztes Wochenende, also im letzten Podcast drüber gesprochen haben, über Sido. Den gucke ich jetzt immer. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. War das zwischendurch? Ich glaube nämlich nicht. Hast du was, du hast das, nee. Hast du nichts gelinkt hier? Ja, das nehme ich auch. Und der lebt auch in der Hohlerde. Im Ernst jetzt? Nein. Quatsch. Wie kommst du jetzt darauf? Ich komme deswegen darauf, weil Sido hat einen, schon seit jetzt zwei Wochen oder sowas, hat der einen Livestream. Der streamt dann täglich, also ich glaube, außer an Feiertagen, so genau, weiß ich auch nicht. Zwischen 8 und 20 Uhr, oder 8 und 18 Uhr, streamt ja aus so einem angemieteten Loft und kocht, macht eine UNO-Weltmeisterschaft, mit Sido zu Hause heißt das irgendwie, auf seinem Kanal. Voll gut gemacht irgendwie. Ja, ja, richtig gut mit Studio und er kocht und er kocht auch richtig anständig, also nicht, dass er irgendwie nur Nudeln heiß macht, sondern er macht halt Rouladen selber oder Chili und all so Sachen. Also, richtig interessant und der ruft dann auch zwischendurch zum Beispiel Leute an, verschiedene. Also, nicht nur, dass er einen Kurt Krömer anruft, weil er seinen Best Buddy zu sein scheint. Die gut befreundet, wie das sich anhört, ja. Dann hat er sich, da habe ich, das Video habe ich mir angeguckt, hat er sich fast 50 Minuten lang die Haare selber geschnitten. Dann hat er seinen Friseur angerufen, der ihn halt anleiten sollte, wie das mit der Maschine geht. Ah, okay. Und dann hat er sich praktisch die Haare geschnitten. Also, nicht einfach nur einmal quer rüber und, weißt du, alles auf einer Länge, wo du dann aussiehst wie so ein Student. Ja. Also, jetzt habe ich Studenten beleidigt, oh Gott. Naja, ich bring's mal in die, machen wir mal auf dem Samtnebel, dann. Dann ist es wieder in den Trends, nee. Ja, gemischtes Hack ist weiterhin vorne, ne. Knapp 3000 Aufrufe zu dem Vergleich zu meiner Folgen mit 1000. Okay, Sido. Und der hatte einen angerufen, ich weiß nicht genau, wie dem sein Kanal ist, der sich auf jeden Fall mit Verschwörungstheorien in der Rap-Szene beschäftigt. Ach, das war extra Rap-Szene sogar. Ich meine, dass der in der Rap-Szene irgendwie aktiv ist und zwar mit dem Eulensymbol und Dreieck und Gedöns und Freimaurer. Und ja, ihr benutzt ja das und dann hat Sido auch gesagt, pass mal auf, wir wussten genau, dass du darauf anspringst und deswegen haben wir das in dem Album verwendet, weißt du, so die Symbole. Ah, okay. Und der war auch, das war auch so ein richtig, einer, der so richtig mit Energie hinter war, obwohl er nicht gerafft hat, dass er sich einfach nur lustig macht. Also, und der ganze Chat so, ja, wirf den raus, verlangweilig der Typ. Das war schon echt, ja, schwierig. Deswegen bin ich drauf gekommen mit Sido. Aber insgesamt, die Sendung ist cool, die kann ich empfehlen. Mit Sido zu Hause. Der Sonne hat wirklich zwölf Stunden. Ich hatte mir das mit Chrome angeguckt und Leute, das müsst ihr sehen, also, das müsst ihr sehen. Das ist einfach nur lustig. Cool, wie die sich da... Kappeln. Ja. Kappeln. Genau. Wir machen jetzt die Pause. Ach so. Noch alles gut mit euren Abspielgeräten. Wir sind noch da. Ding, 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 ding. Ist das Ding an? Nee, echt gut. Also, die haben, keine Ahnung, wenn er kocht, lädt er sich zum Beispiel Zuschauer mit ein. Die schaltet er per Skype dazu und dann kochen die gemeinsam und so solche Sachen. Finde ich irgendwie total... Und da gucken halt im Durchschnitt so 20.000, 25.000 Leute zu. Je nachdem, was da gerade zum Thema ist. Dann gibt da noch abends, so am Ende der Sendung, gibt es immer noch so ein kleines Konzert, wo er seine Musik spielt. Bin ich jetzt nicht klein, was ich mir vorstellen. Der hat so einen extra Raum mit so einem Licht und hinten steht so, wie bei den Rebben, steht hinten einer so an den Turntables. An den Tables, ja. An den Tables und er singt vorne und macht seine Lieder. Und dann so zwei, drei oder? Ja. Stunde Konzert. Ja, so halbe Stunde, ja. Es war auch eine clevere Geschichte von ihm, muss man ja... Also, abgesehen davon, dass er sympathisch ist und gut ist, was er macht. Zurück zum kapitalistischen Ausland, ist das doch gar nicht so doof. Weil er wird da rausgehen aus der ganzen Situation hier, stärker als vorher. Finanziell gesehen? Nicht finanziell. Nee, ja. Wahrscheinlich auch. Nee, nee, nee. Er sagt, er zahlt das im Moment aus eigener Tasche. Ja, er sucht einen Sponsor, irgendwie, das hat gehört. Ja, aber es kommt... Ja, gut, okay, nehmen wir mal finanzielle Sinn weg. Aber im Nachhinein wird es sich ja lohnen, weil viel mehr Leute auf ihn aufmerksam geworden sind als vorher schon. Und die ihn jetzt wahrscheinlich vielleicht so sympathischer finden als vorher. Ja, so geht es mir. Also, ich habe mir jetzt nicht unsympathisch vorgefunden. Ich war so in Erinnerung als... Ja, der ist gar nicht passiert. Der ist ja gar nicht passiert in deiner Welt. Sieben? Ja. Doch, also damals halt, als meine Jugend oder als ich jünger war, die Geschichte, dass er die Maske anhatte, da war er schon sehr auffällig, weißt du, so... Ja, aber in der aktuellen... So meine ich das. Ach, jetzt aktuell? In deiner aktuellen Blase passiert doch ein Sido nicht. Nur in Form von, dass er mal irgendwie bei... Um Radio läuft. ...Klaas Holger Umlauf hier in der Sendung irgendwie was mit ihm macht. Klaas Holger Umlauf. Wie heißt er denn? Häufer. Häufer. Komm, das machen wir auch. Reden wir noch mal über den. Komm. Reden wir über den. Dass er da irgendwie mal mitgewirkt hat bei irgendwelchen Verarschesachen oder solche Sachen, aber so... Und dann hat er halt mal irgendeinen Song, der läuft, aber das ist jetzt auch nicht... Also, weiß ich nicht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie auf Spotify irgendwo vom Sido gespielt hätte. Nicht, weil es mir nicht gefällt. Das mal weg davon. Sondern eher, weil es halt nicht so meine Musik mehr ist irgendwie. Also, so deutscher Hip-Hop. Das Letzte, was ich an deutschen Hip-Hop gehört habe, war die Flame. Die Flamme. Ach du Scheiße. Das ist so ein Waller aus Frankfurt. Frankfurter Jungen. Ja. Ja, ja. Und halt so die ganzen Frankfurter Rapper. Das war so mein Ding, was ich halt gehört habe. Hip-Hop-Musik. Ich mag halt. Und die Flame hat, muss man wirklich sagen, das sind halt das, warum ich ihn damals unheimlich gern gehört habe, er hat halt immer eine durchgehende Story, die er erzählt. Das sind halt nicht irgendwelche Sachen, die er sich aufeinander reimen, sondern er erzählt hat eine Story. Ach so. Und da gibt es ein richtig guter Album. Also, der hat die alten, er macht ja nichts mehr aktuell oder nichts nennenswertes irgendwie. Der hat damals halt Bastard, das war die Scheibe, die ich so gehört habe, rauf und runter im Auto. Das war so die Zeit, wo man die fette Anlage im Auto hatte und dann der Bass dazu gepasst hat. Ja. Ich musste kurz niesen. Macht auch nichts. Also, Hip-Hop war nie meins. Weiß ich. Und, ähm, muss aber zugeben, dass wir Sido, äh, in unserem Hochzeitsdanks mit verarbeitet haben. Weil meine Frau ist so ein bisschen Hip-Hop und, äh, Sido und, äh, der andere Typ, über den man nicht reden darf und. Ja, man macht, ich meine, das ist ja auch nicht schlechte Musik, aber, äh, passé, ne, wie sagt man das? Passé, ja. Passé, ja. Nicht unbedingt schlechte Musik. Ich meine, das ist ja, wie ich es schon mal sagte und das haben wir, glaube ich, schon ganz oft als Thema gehabt, auch Helene Fischer könnte, wenn sie mal bessere Musik drunter legen würde, auch gute Musik machen, weißt du? Wenn sie mal ein bisschen mehr poppig und ein bisschen... Wenn ein bisschen experimenteller unterwegs wäre. Ja, ein bisschen, bisschen, wurde halt nicht klatschbar, weißt du? Das ist, das macht Musik halt meist unsympathisch. Das ist ja mit dem ganzen Schlager so. Ich meine, die haben ja bestimmt, die transportieren ja Liebe und, und was für solche Sachen, ja, verstehst du? Und die kann man ja auch mit guter Musik hinterlegen. Aber diese, 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 diese billige Musik, die da hinterliegt, das ist für mich keine Musik. Also, ich war mal auf einem, auf einer Veranstaltung in Hamburg, die nennt sich, ähm, wie nennt sich diese Veranstaltung in Hamburg? Das ist so was wie Love Parade, nur in Hamburg heißt es Schlager-Move. Genau, ja. Und das läuft ja... Mit Schlagern. Mit nur Schlagern, den ganzen Tag. Und mit, mit Wagen und dann fahren sie halt durch die Stadt und dann... Das hatten wir im Thema zu Fasching, also, ne, da hatten wir drüber gesprochen. Echt, ja? Mhm. Naja, okay. Aber es passt halt gerade. Weil, da, ich war halt einmal da, und ich konnte mich ja nicht gegen Bären, weil ich hab ja da gewohnt, also auch genau da, wo die Wagen fahren. Das ist so lustig, ob ich wollte oder nicht. Und, äh, das Ding war... Das wissen ja wenige, du warst Türsteher bei Olivia Jones. Genau, in Susi Schober. Genau. Oder? Ja. War doch, ne? Ja, 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 ja. Mit dem Kalle noch, zu den Zeiten? Will Kalle? Ja, mit mir noch. Krag dir erzählt. Karl-Heinz, äh... Ja, ja. Da dürfen wir jetzt nicht drüber reden, das ist zu viel intern. Wenn ihr davon mehr Höhen wollt... Schmant. Ja. Dann? Ähm, müssen wir, also da, das ist, das ist schon heißes... Da müssen wir jetzt, dann müsstest du da auf unserem Patreon gehen. Und da gibt es extra Content. Da gibt es dann für die Patrons, wie heißt es, Patrons, heißen die dann, ne? Gibt es dann... Patronauten, Patronas. Inside the Reeperbahn. Patronen. Presented by Jack Fleischhammer. In the world. Ach, da bin ich schon. Naja, und auf jeden Fall ist es halt so, dass du wirklich... Also es ist durchgehend der gleiche Beat. Aber das ist ja... Genau, das ist das Problem. Also der Takt ist oft sehr gleich und auch die Art, wie die Musik produziert ist, ist halt von außen, als jemand, der aus dem Rockmusik eher kommt, wird es halt schwierig. Das ist doch, das ist schon... Ich behaupte jetzt ganz frech, meine Verschwörungstheorie zu dem Thema ist, die machen das so, damit die älteren Leute, äh, denn darauf spielt es zumeist ab, ist ja immer Liebe und immer, immer... Erstmal das, der Text muss einfach sein, das muss nicht kompliziert sein, das heißt, es muss mitsingbar sein und es muss auch unter großem Alkoholeinfluss noch irgendwie passen. Das muss auch noch passen, ja. Und deswegen ist die Musik ja so einfach, weil sie, weil, ich weiß nicht, ob man, also ein großer Teil der Menschen hat keinen Anspruch an diese Art, die wollen unterhalten werden. Und wenn du was gesoffen hast, bist du, ist alles geil. Weißt du so? Ja. Dann kannst du auf eine Schlagerparty gehen. Ich weiß, als... Nee. Kannst du dich erinnern, als Gildo Horn... Ja, Gildo Horn, halt euch lieben. So muss ich, da sind ja auch von mir damals in der Lehre sind Arbeitskollegen oder Lehrlingskollegen mit auf die Konzerte da so gefahren, wo ich halt nebendran stand und dachte... Ja, muss das sein. Muss das sein, ja. Was mir gerade noch eingefallen ist zu dem Thema Schlager und einfache Musik, es ist ja aber eigentlich so, dass in der Popmusik in der Deutschen diese Adel Lawine und wie sie alle heißen, weißt du, die dann den nächsten WM-Song kreieren, weil sie halt so... Adel Lawine? Ach, keiner, nicht, wie heißt der denn? Wie heißt der Lockenkopf? Ach, du meinst... Achso, du meinst... Adel... Adel... Tel... Adil... Hä, sieh, sieh mal, ich kenne noch nicht mal den Namen. Es tut mir sehr, sehr leid und es soll jetzt auch kein Witzigmachen sein. Aldin, Aldin... Siehste, da haben wir es doch. Faith, Aldin... Veit... Dann googelst du mit den Angaben, die ich dir gerade so... Ja. Nadel Abdel-Fahrer-Kett, haben wir es doch. Doch, die Nadel, natürlich. Del... Fa... Nein, das ist die von Polen. Farin. Oh Gott. Meine Damen und Herren, Halbverhalten am Sonntagabend mit die zwei. Ey, bei Del Farin kommt als erstes Farin Urlaub. Nee, das wäre jetzt, wenn wir das vergleichen würden, dann müsste, wahrscheinlich müsste direkt ein Loch im Boden aufgehen und weg. Der war bei Ich und Ich, war der bei. Ja. Ich und Ich. Lockenkopf. Und... Ach, Adel Tawil. Siehste, Adel Tawil. Adel Tawil heißt er. Ja. Gut. Und ich sag mal, das ist ja dann, wenn man das mal so ein bisschen adaptiert, das ist ja praktische Schlager in Popform. In bessere, besser produziert von der Musik. Wenn du mir gerade hinfällst, dann muss ich kurz loswerden. Ja, machen wir. Und du weißt nicht warum. Ja. Und zwar, ich weiß ja nicht, hat deine Frau das Video geschickt? Kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht mehr. Das Penisbild von dir? Nee, das leitet sie mir nicht mehr weiter. Solche Brüder. Ja, okay. Es war ein Video. Eine Frau sitzt am Krankenbett des Mannes. Der Mann liegt im Koma und sie ruft beim Radio an und wünscht sich den Song von Ich und Ich. So kann es sein. So soll es bleiben. Ja, gut. Und grüßt er mit ihren Mann. Das war echt lustig. Schwarz und Moor, ja. Bester. Bester, ja. Ja. Wie kam es jetzt aus Tavile, Tavile, Adele? Ja, weil ich das vergleichen wollte mit dem Schlager und Einfachheit und bessere Musik oder besser produziertere Musik auf Texte von Schlagern. Und das ist ja im Endeffekt hier Naidu und so weiter. Also ohne zu sagen, dass es schlechte Musik unbedingt ist. No front. Und gute Musik und schon schlechte Musik, äh, gute Songs von diesen Künstlern und die man sich durchaus anhören kann. Ja. Deswegen wollte ich es vergleichen. Verstehe. Gut. Ja, das haben wir. Schreibe ich mit auf. Auch ein Titel. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch vergleicht? Weil ich habe letztens Stream, habe ich so abgezogen über Indie-Entwickler und so ein Kran. Nicht abgezogen. Ausgespeichert, was ich denke. Warum? Weiß ich nicht, weil das mir manchmal, ich bin so ein Typ und ich haue vielen Leuten, verbal auf die Fresse, also unbewusst, weil ich einfach nur das sage, was ich denke. Und was hast du da ausgespeichert? Dass ich nicht verstehen kann, gerade bei größeren Firmen, da ging es mir um Ghost Recon und Breakpoint, ähm, wo ich dann nebendran sitze und mir überlege, also nur beispielhaft, ein großes Studio, viel Geld, was hätte man mit diesem Budget und diesem, mit diesem Wissen anfangen können, welch geiles Spiel hätte man, also nicht, dass man Breakpoint hätte besser machen können, das ist mir egal. Das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema, so Open-World-Spiele. Aber nehmen wir mal an, wir machen ein Seven Days to Die 2 mit dem Budget und der Power von so einem Entwicklerteam, die Breakpoint oder so machen, ja, also, und dann denke ich mir halt immer so, das ist ganz oft und das muss ja nicht so hochadaptiert sein, da sind natürlich Budgets sehr, sehr groß unterschiedlich, aber oft sitze ich halt auch da und da habe ich über das Endzone, weißt du, dieses Survival-Endzone-Spiel, so ein bisschen nicht abgeledert, aber gesagt, das hat auch so grundlegende Designerscheidungen, die ich nicht verstehen kann, die so offensichtlich auf der Hand liegen und meines Erachtens, sowas muss weg sein von Anfang an. Also, als Beispiel, du kannst in dem Spiel Strom herstellen, also eine Energieversorgung zur Verfügung stellen, aber keins der Gebäude kann ausschließlich nur mit Strom gebaut werden. Das heißt, du hast keine Notwendigkeit, auf Strom zu gehen. Okay, also du musst, du kannst Strom als zusätzliche Energie oder was? Genau. Oder reden wir über, über, über... Ja, genau. Du hast kein Gebäude, was Strom voraussetzt. Ach so. Ja. Aber Strom erhöht die Effektivität. Ja. Ich glaube das, ja. Okay. Und deswegen kommst du in dem Spiel, wenn du, also, wenn ich spiele, selten die Bredouille Strom zu verwenden. Warum? Wenn es sich voraussetzt. Ja. Und du würdest dir jetzt wünschen, dass, äh, Strom sozusagen, das, äh... Ja, wie jedem anderen Aufbauspiel auch. ...voraussetzung ist, um bestimmte Gebäude zu bauen. Ja, ja. Die Evolution in der, deiner Entwicklung, deiner Siedlung. Am Anfang hast du halt einen Förster, äh, was haben wir noch? Jemand, der Essen besorgt, auf welche Art auch immer, ob durch eine Obstplantage, durch ein Feld oder durch ein Jägerform oder solche Sachen. Also, diese Grundversorgung stellst du fest. Und im Verlauf des Spiels entwickelst du dich ja, weißt du, du, keine Ahnung, hast ja dann, die nächste Stufe ist dann, dass du Getreidefelder, eine Mühle und einen Bäcker, äh, ein Schäfer, Stoff, Kleidung, sowas, diese Produktionsketten. Und die werden ja immer komplexer, wenn es ein gutes Aufbauspiel ist, meines Erachtens. Ja. Und deswegen ist für mich der logische Schritt von Strom bedeutet, Strom muss eine Grundversorgung sein, um ein gewisses Gebäude bauen zu können, also in Form von Evolution. von aus der Höhle rausgekrochen bis... Macht Sinn, ja. Also, es ist ja nicht so, dass hier überhaupt irgendein Gebäude ohne Strom funktioniert, aber... Ja, genau, weil du hast zum Beispiel dann so Wetterstationen und so weiter, wo ich sagen würde, ganz klar müssen die Strom, weil das ist Late Game. Aber wie machen die denn Licht? Das gibt's auch nicht im Spiel. Es gibt kein Licht im Spiel? Nee, keine zusätzliche Lichtquelle, außer ich, nee, ja. Meine, keine zusätzlichen Lichtquellen bisher. Ich dachte am Anfang, es gibt Straßenlaternen, aber das hat sich dann rausgestellt, dass das Symbol, glaube ich, nur die Darstellung für Strommäste waren. Aha. Also vielleicht, sie haben irgendwie daran gearbeitet, dass wenn du Strom, also wenn ich so richtig verstanden habe, wenn du jetzt Strom hast, dann geht eine Beleuchtung in den Gebäuden an. Aber das ist für mich zu unlogisch, weil allein die Produktion, du hast zum Beispiel so eine Sortieranlage, die mit so Förderbändern arbeitet, also optisch von außen gehen Förderbänder hoch, weil aus Schrott Material ausgeführt wird. Läuft das über Dampf oder Benzin? Nee, gar nicht. Einfach nur durch Arbeitskraft. Du schickst einfach vier Leute rein und die sortieren dann besser als die kleine einzelne Hütte, so bei den Sortierern. Und ich denke halt, wenn du ein größeres Gebäude hast und hast auch gleichzeitig Strom, dann kann nicht die Mechanik sein zu sagen, Strom ist nur Effektivität in so einem Gebäude. Ich meine, machen wir uns das nicht vor, selbst wenn wir jetzt keinen Ingenieur haben, irgendwie Strom herstellen, da sind wir noch nicht doof, das kriegen wir doch hin, oder nicht? Ja, vor allem Strom herzustellen ist nicht das Problem, aber dass Strom eine Voraussetzung ist für ein gewisses Gebäudentyp, das meine ich. Genau, und dass man dementsprechend auch Licht haben kann und so ein Kram. Ja, zum Beispiel elektrisches Licht, aber selbst, genau, das ist halt das nächste Thema, es gibt halt keinerlei Beleuchtungselemente, wie man sich erwarten würde, dass du einfach mal so eine Fackel in die Ecke stellst. Weißt du, in den Boden stampfst? Ja. Oder dass du ein Feuer im Vorgarten hast, weil du abends noch nach der Arbeit an deinem Häuschen mit Feuer sitzen möchtest in der Apokalypse, weißt du? Oder klar hat man dann so einen Dorfplatz, wo ein Feuer brennt, aber an den Gebäuden hätte ich jetzt erwartet, dass zumindest an der Tür irgendwo so eine Fackel hängt, die halt Licht spendet über Nacht. Ja. Oder radioaktive Brocken, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen doof, aber Glühwürnchen, mutierte Glühwürmchen als Glühwürn. Radioaktive Brocken. Was weiß ich, aber die Spielmechanik und das hat mich aufgeregt. Jetzt habe ich schon viel zu lange über das eine Thema gesprochen. Ich sage, Endzone ist ein super Spiel und verschenkt aber Potenzial durch Mindzone. So eine Entscheidung. Ich nenne es jetzt mal so ganz frech, so Anfängerfehler. Obwohl ich kein Programmierer bin, aber Anfängerfehler in Form von, man hat ja schon einige Spiele in der Art gespielt. Wir müssten, da fällt mir ein, wir müssten wirklich mal mit hier dem AndiDev mal so eine Folge machen. Ja, ja, ja. Behind the Lines. Ja, definitiv. Das ist ganz wichtig. Das sollten wir uns dafür aufheben. Er war auch letztens im Stream und also in dem Stream, wo ich da so drüber gesprochen habe, war er mit anwesend und hat auch einiges gesagt, wegen Budgetunterschieden, Teamgröße etc. Aber meistens ist es Budget und es ist oft nicht so, dass da irgendjemand an der Spitze sitzt und falsche Entscheidungen trifft. Und es wird zu wenig getestet mit Leuten konkret. Aha. Das sagt er auch. So richtige Playtests für Spielmechaniken passieren zu wenig. Also man rennt oft in eine Richtung, so habe ich es verstanden, und es wird halt zu wenig getestet, um zu sagen, das ist spielerisch nicht so geil. Ja, okay. Aber ich kann es nicht verstehen, weil ein gutes Beispiel ist gerade aktuell Mountain Plate 2 Bannerlord, dieses strategische Schlachten führen, bis du dein eigenes Königreich hast. Weißt du, so vom Zwei-Mann-Trupp zum Königreich ist das ja. Ja. Und dort übersetzt die Community, also ist aktiv und hat eine Gruppe gebildet, die das komplette Spiel zu 100 Prozent nach irgendwie drei Tagen übersetzt hatte. Übersetzt. Aha. Weil die Mod-Fähigkeit halt im Spiel gegeben ist, von Anfang an. Ja. Weißt du, und da kannst du dir sowas wie Lokalisierung, kannst du dir halt sparen. Und das hat sich halt auch entwickelt von automatisch übersetzen zu grammatikalische Korrekturen. Dann kommt ein Patch, dann steht da irgendwie, ja, 200 Zeilen Text nochmal bearbeitet. Weißt du, und solche Sachen. Ja. Das heißt, es macht die Community. Ja. Und jetzt stell dir doch mal vor, wenn du eine rein Community-basierende Entwicklung hättest. Ja, 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 geh weiter, geh weiter, geh weiter, ich freue dir. Also, dass man praktisch einen, wie ein Wettbewerb macht, also die haben ja dieses, die Entwickler haben ja dieses Lumo da, also so ein Entwicklerkongress oder wo sie halt in 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden ein Spiel entwickeln müssen. Aha. Und da passieren ja so Sachen. Und ich hätte gern irgendwie, ich weiß halt nicht, wie das finanzierbar ist und wer über die Qualität dieses Spiels, was dort entwickelt werden soll, entscheidet. Aber wo solche Sachen durch die Community pro bono ausgelost, entschieden, gemeinschaftlich entschieden über Spielmechaniken. Ja. Stehst du? Ja, ja, ja. Und dann mit dem Budget von so einem durchschnittlichen Indie-Studio. Also wurde nicht gleich, weißt du, wurde, wenn du zu Ubisoft gehst und sagst, ey, ich brauche mal eine halbe Million, weil ich ein geiles Spiel entwickeln will, dann sagen die, da musst du mir aber schon die Idee liefern, die alle umfickt, weißt du, oder so. Und ich denke mir halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht noch mit dieser, also von der anderen Seite aufgerollte Community entwickelten Spiel, nehmen wir mal Seven Days. Wir müssen jetzt ein neues Seven Days to Die machen. Jetzt ist die Frage, was macht das Spiel aufwendig, was, also mit allen guten Features aus allen Spielen drin, aber halt wirklich lang recherchiert. Und das macht ja eine Community, wenn sie am Ende das Traumspiel kriegt, was perfekt ist, oder ich übertreibe jetzt mal, macht das ja auch so. Also ich glaube jetzt nicht, dass da einer hinsetzt und sagt, ich will aber Kohle für meine Gedanken. Verstehst du, was ich meine? Also gut, es ist ja die Arbeit eines Spieldesigners, der sich hinsetzt und sich auch sowas ein bisschen ausdenkt. In kleinen Studios wahrscheinlich ist es dann, ist jeder irgendwie alles. Also da hat der Grafikdesigner eine gute Idee. Genauso wie der Let's Player, der mal kurz irgendwie ausspeichert und dumm daherredet. Ja. Also das schon, aber ich finde, wenn das noch mehr und fokussierter und strukturierter, so wie so eine Übersetzung für ein Spiel wäre, wenn man das irgendwie noch ausbauen könnte, dieses Schwarmwissen und dass der Kunde das Spiel bekommt, wo er Bock drauf hat oder wo die Community Bock drauf hat. Gibt's nicht schon so Spiele, die so entwickelt wurden? Weiß ich nicht. Du meinst, ob sowas, naja, könnte schon sein. Seine schon, also. Wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, gibt's das wahrscheinlich schon in irgendeiner Form, in der ähnlichen Form. Aber ich verstehe deinen Gedankengang, ne? So. Ja, weil ich halt sehe, wie gut und aktiv, aber auch so gut verzeihlich, weil's ja durch die Community passiert ist. Weißt du, weil da nicht der böse Entwickler sitzt oder der böse Publisher, der irgendwelche Richtungen vorgibt. Genau, ist eine ganz andere... Wenn der Spieler von Anfang an entscheidet, oder erst mal das Spielkonzept allein zu entwickeln oder welches Spiel muss denn nochmal gemacht werden und dann muss man das halt demokratisch abstimmen und am Ende kann FIFA 2021, warum? Nee, also es kommt, du musst eine Grundidee haben, sonst passiert irgendwie... Genau, und die kann ja unentgeltig entschieden werden, also dieses Spielgenre und die Features können ja unentgeltig ausgewürfelt werden. Ja. Also sag mal, das Drehbuch wird von der Community entwickelt, so kann man's mit dem Film vergleichen. Und die Umsetzung erfolgt aber durch erfahrene Leute, die da wissen, was sie tun und das auch realisieren können. Und natürlich müssen die auch bei dieser Findungsphase mit beteiligt sein. Aber ich könnte mir gut... Also, keine Ahnung, vielleicht denke ich auch zu golden, weißt du, so. Also, das geht, das geht. Man muss nur irgendwo eine Reichweite haben, da bin ich mir sicher. Du meinst das, um zu bündeln, das Thema? Um das irgendwo in die Welt zu schicken. Weil wenn du jetzt als einzelner Entwickler irgendwo stehst und sagst, ich würde ja nicht machen, dann dauert so eine Community-Findung ewig, bis dann auch die richtigen Leute sich da interessieren, sag ich jetzt mal. Ja, das könnte ja auch sein. Wenn der jetzt so eine Unterstützung hat, durch, sag ich jetzt mal, Streams oder Videos oder whatever, dann geht, glaube ich, sowas schnell und dann bastelt der eine das dazu und der andere bastelt das dazu und so ein bisschen Open-Source-mäßig, wie du schon sagtest. Ja, genau, das meine ich. Auf einmal haben wir da ein hochkomplexes Spiel. Haben wir einen Denkfehler, wenn du da drin? Ich meine, dass wir denken, dass Spiele anspruchsvoll sein müssten? Also wenn man es in Richtung Handy-Game sieht, das ist ja auch oft. Genau, was ist jetzt die Frage, was ist jetzt anspruchsvoll? Meinst du jetzt grafisch gesehen oder meinst du das? Spielerisch, Spielmechaniken. Also das ist eine Grafik. Ich glaube, das entsteht automatisch. Also dass das spielmechanisch anspruchsvoll wird, entsteht automatisch bei so einer Open-Source-Geschichte. Weil jeder hat nochmal eine andere kleine Idee und bastelt die rein. Aber genau das wird das Problem sein am Ende, dass du das ausfilterst und das, weil es gibt so viele Ideen und das wird, glaube ich, zu divers und zu… Nicht jeder kann die umsetzen. Also der, der die umsetzen kann und die Community findet, dass gut ist, dann kann die doch drinbleiben. Wenn jetzt aber, das entscheidet ja dann wieder die Community, wenn du es übergeben hast sozusagen, dem Reddit-Forum, dem whatever du meinst, wo man sowas dann postet und wo jemand dann da was zubastelt. Übrigens mal Props an dieser Stelle. Wir haben ja nie irgendwie einen Schriftführer festgelegt für unseren Podcast, aber dass du heute mitgeschrieben hast, finde ich top. Weil kannst du dich erinnern, als das mal umgekehrt war? Also diesen einen Abend, wo du gesagt hast, oh gut, gut, dass du mitgeschrieben hast. Ja, ja, ja. Den Gedanken hatte ich gerade. Ich gucke nämlich gerade in unser Protokoll, denke, ey, ich habe noch nichts aufgeschrieben. Und dann sehe ich hier die komplette Liste. Nice. Lob an Fleisch haben wir. Ja, ja, komm. Habe mal meine Lichtmomente. Nein, Entschuldigung, in die Richtung soll das nichts gehen. Ja, also ich fühle mich jetzt nicht so gut. Aber ich fand das jetzt gerade gut, weil ich es verhaftet habe. Alles gut, verstehe ich. Dankeschön. Gerne. Wird es auch gut. Langsam wird es unglaubwürdig. Aber nochmal zurück, ganz kurz. Community, entwickelte Spiele. Also das müssen wir mal machen. Das kann funktionieren. Und das, ich meine, Mods sind doch nichts anderes als Community-entwickelte Spiele. Irgendwo. Und ich denke mal, da gibt es Mods, da hat nicht nur einer dran gearbeitet, sondern auch schon wieder viele. Und wenn man jetzt nur Ark nimmt, dann kann man sich ja Ark so basteln mit Mods, wie man es gerne hätte. Welches Tier auch immer. Wenn du gerne Pokémon Ark spielen willst, ist es auch kein Problem. So, weißt du, das ist das Grundgröße stimmt. Ja, das wäre sowieso das Thema, dass man einen Baukasten hätte. Aber das, was bisher in den vergangenen Jahren als Baukastensystem entwickelt worden ist, nie so gut funktioniert hat. Also das war ja dann immer nur, entweder war die Bedienung scheiße oder du hast so einen Editor bekommen, der schon wieder Entwicklungsumgebung ist. Weißt du, wo du Entwickler sein musst oder Bock auf Programmieren hast, um das umzusetzen. PlayStation hat es jetzt vorgemacht. PlayStation hat doch irgendein so ein Dreams, hast du das, glaube ich, so ein Spiel rausgebracht. Das stand ja auch gerade, ja, genau. Started Dreams am 14.2. Wo die Community im Endeffekt Spiele entwickelt. Mit den Details mit dem Controller. Ja, aber das ist alles auch schon wieder zu komplex. Ich finde es auch nicht gut, weil es hat eine Daseinsberechtigung, warum jemand Spiele-Designer wird. Oder, weißt du, so, also, oder sei es nur Funktionen, die du einbaust. Nehmen wir mal, das fällt mir die ganze Zeit schon so ein. Ich habe jetzt vorgestern, oder haben wir, für uns ausprobiert, ich habe es im Stream nochmal gespielt. Also Deadside habe ich gespielt. Dieses DayZ-ähnliche Spiel, was jetzt am Dienstag rauskommt. Also Open World, eine große Karte. Übrigens, die Startmap ist 25 Quadratkilometer groß. Und die finale Insel außerhalb des Early Access soll mal 225 Quadratkilometer groß werden. Also das ist so unnötig, finde ich, gerade weil du ja Missionen hast, wo du hinmust über die Karte und gegebenenfalls... Ja gut, die müssten Fahrzeuge noch mit hinzufügen und so ein Kram, ne? Wenn du Fahrzeuge hättest, könntest du... Ich denke, das werden die machen und müssen. Das ist wahrscheinlich nicht mal ein Problem. Aber ich habe das am... Tauschen wir jetzt? Gehen wir jetzt zu Deadside kurz, oder? Ja, klar, warum nicht? Das Letzte, dass wir nicht in Themen springen... Das ist ja nicht so, kein Problem. Ich habe gespielt gestern Mittag. Hatte eine Stunde Zeit, weil der Klinik geschlafen hat und so. Und habe mich dann auch, so wie du, im Stream halt gesehen. Vorher arbeitete in so einem Militär-Jelände, wo man dann... Und ich hatte eine gute Lage, also ich hatte Glück. Ich bin rein in so ein Haus, habe den ersten erledigt, konnte mich dann so ein bisschen verstecken und dann kamen sie an, wie die fliegen. Und die gingen ganz leicht weg dann alle, ne? Konnte ich schön looten, was? Ganz kurz die Leute vielleicht abholen, was Deadside ist. Ach so, ja. Wenn ihr DayZ kennt, DayZ Standalone, die Mod, also eine große Open World, in der ihr Waffen und Ausrüstung finden könnt und es eigentlich nur um das geht, dass du in einem PvP, also eigentlich ist fast jeder gegen jeden, Das ist Kill on Sight, ja. Kill on Sight, das war mal von Dean Hall, ein entwickeltes, eine Mod für Arma 2. Ich glaube der Ursprung, oder was? Arma 1? Ne, Arma 2. Und hat einmal Arma, also Armed Assault, das ist eine Militär-Simulation, eine 3D-Militär-Simulation, oder nennen wir es so. Ja, ist doch gut. Gibt so großem Erfolg geholfen. Und Deadside ist praktisch jetzt so wieder eins der vielen Spiele, die auf diese Open World Survival ... Auf diese und diesen Zug aufspringen, kann man sagen. Ja, nehmen wir Scum, nehmen wir Misscreated, nehmen wir ... Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich eher an Scum, weil es hat jetzt, ja, es hat keine Monster, es hat keine Zombies oder sonst irgendwelche. Die Welt ist halt apokalyptisch, da ist kein ... Es hat sonst keine NPCs, außer, es gibt so Patrouillen. Scum hat doch Zombies und so. Scum? Ja, ist doch darauf basierend. Scum hat Zombies? Ist das nicht in einem Intro, wo er flüchtet und dann auch angefallen wird von Zombies und von Mutierten? Nein? Ich meine nicht, aber ... War das nicht in einem Trailer? Ich weiß nicht, ich habe es lange nicht gespielt. Egal. Ich hatte Scum und Zombies. Siehst du, und ich werde angemacht, dass ich hier aushole. Scum-Zombie töten. Doch, hast du recht. Ja, ja, doch. Du hast recht, ja. Doch, 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 doch. Aber du findest halt in der Zeit jetzt, wie sie springen wieder zurück, findest du halt in jedem Haus eine Waffe. Und du findest ... Fast in jedem Haus, ja. Und das sind halt primitive Waffen irgendwo, schrotflinte Pistole. Kommst du einen besseren Loot gefilgen, ist es dann auch wieder eine AK oder noch besser oder eine Mosin oder so was. Also schon irgendwie mit Durchschnittskraft. Und du findest auch Rüstung und einen Helm und Handschuhe und so was. Aber da merkst du schon, das Spiel ist halt wirklich auf dieses PvP angelegt. Also es geht hier in keinster Weise um irgendwie Roleplay oder Friendly oder ... Nee, nee. Es geht nur ums Ballern. Was okay ist ... Ja klar, wird ja mit DayZ Standalone oder anderen Spielen wird's ja gezockt. Nur ich finde halt im Vergleich zu dem, was man jetzt schon hat oder hatte, ist es halt zu wenig. Also da ist es halt einfach zu wenig, weil es hat ... Klar, es hat Safe Zones, wo du handeln kannst, wo Händler drinstehen. Du hast NPCs, die auf der Straße rummannen. Das ist alles nichts Neues. Das gab's in AMA schon ... Das ist nichts Neues, nur in einem anderen Gewand und läuft relativ gut. Ja, und sieht hübsch aus. Sieht hübsch aus und läuft relativ gut. Ja. Also ... Wiss ich nicht. Also ... Ist wie so ein McDonald's Burger, oder? Schmeckt, aber ... Schmeckt. Es gibt Leute, die spielen so ein Spiel, um sich gegen NPCs durchzusetzen. Um diese Mission zu machen, um einen neuen Loot rauszuholen und so. Und gibt's Leute. Von daher kann es eine Berechtigung haben. Ob es nicht langfristig erfolgreich wird, weiß ich nicht. Kommt auf den Preis an, sag ich ganz klar. Hast du da schon eine Zahl? Nee, keine Ahnung. Es darf auf jeden Fall nicht mehr 20 Euro kosten. Auf keinen Fall, sonst ist es kaputt. Du brauchst Spieler, weil diese Multiplayer-PVP-Online-Gedöns sterben mit Spielern. Also wenn du die nicht hast, wenn du online kommst, willst du zocken und keiner will zocken. Aber es ist halt zu wenig. Bei Scum hat man auch irgendwelche Mechs, die ... Ich meine, da sind schon Fahrzeuge. Oder Mechs, die die Flughafengelände bewachen. War das nicht bei Scum? Das war Scum, ja. Ja, siehst du. Und das klingt schon wieder viel zu aufregend und viel so Actionfilmmäßig. Und dann kommt halt das Spiel daher. Naja, wobei man sagen muss, grafisch, Wälder, also wie der Wald gestaltet ist, also wie organisch das aussieht, das ist, ich weiß nicht, ob ich es einfach nur so aufnehme, aber das ist für mich so mit das Realistischste, also von dem, wie der Wald aussieht. Ich habe so das Gefühl, das ist das, was Arma 3 DayZ sein sollte. So sieht das aus, finde ich. Nur, dass die Steuerung so Unreal Engine ist. Ja, die ist schwammig. Dass die so schwammig ist und der Charakter so hinterher sich dreht. Wenn du schnell nach rechts oder links läufst, dann merkst du in deiner Eingabe, wann der Charakter folgt. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Für mich passt der Sound noch nicht. Also die Steuerung ist das eine. Die sind doch Waffen noch zu leise und so. Waffen zu leise und du kannst zu schlecht ordnen, wo der Gegner herkommt. Also du hast eigentlich keinen, also kann ich eh schlecht, aber da besonders schlecht. Da weiß ich echt nicht, wo was herkommt. Ansonsten so Ambiente und irgendwie ein Specht, der am Baum tackert oder irgendwelche Geräusche des Waldes sind da echt super umgesetzt. Also auch nicht störend, gut ausgewählt. Ja, ich hatte so eine Situation, ich stieg im Wald und dann hörte sich das an, als wenn eine Audiodatei abspielt. Also wirklich mit so einem leichten Rauschen. Das war nicht so gut. Aber andersrum, sonst hatte ich irgendwie einmal. Okay, vielleicht war das auch ein Moment, dass irgendwie... Die Atmosphäre stimmt schon. Also es kann funktionieren, mach es nicht so teuer und entwickle weiter und dann hast du vielleicht auch eine Base, hast du eine Spielerbase, die, ich meine, ich sehe hier gerade, es gibt ein paar Leute, die das streamen und es ist jetzt nicht ungefragt, das Spiel. Wie viel hat es? 10.000 Zuschauer. Lost ist ganz groß hier. Was ist denn Cotton? Dann kann ich nicht. Lost ist... Ich, der ist immer noch im Stream, der heute Mittag schon anfangen, also kann es für ihn nicht so schlecht sein. Also ich finde, ich hatte mit... Ich hatte... Lost hatte geschrieben, heute Mittag gibt's Deadside zu sehen und dann hat Pony drauf geantwortet. Ja, er hat Videos geguckt, alles so durchschnittlich, so wie wir jetzt auch urteilen. In dem Sinn, nur nicht in dieser Ausführlichkeit. Und ich habe auch drunter geschrieben, geile realistische Grafik. Es hat Safe-Sounds, NPCs, so, aber es macht halt nichts besser oder nicht neu. Also warum? Ich, keine Ahnung. Da fand ich Scum eher noch witzig durch die Simulation von den ganzen Nährstoffen und... Ja, das ging mir dann schon wieder auf den Sack. War dir zu viel? Ja, das war mir viel zu tief. Oder dass ich in den Fluss pissen konnte, wo du am Flussende raus dringst. Dagegen ist das aber hier schon wieder dann, also es ist Deadside im Gegensatz... Da ist nichts dergleichen, da kannst du nicht mal schwimmen. Da passt kein Survival, ne? Nee. Also... Wasser hast du. Ja, kannst du was essen, aber ich glaube, bis das runtergeht... Ich meine, andersrum ist das vielleicht auch wieder was, was bei anderen Spielen nervt, dass du... Zu oft nachdenken musst. Ständig musst du Wasser trinken, also klar, aber es ist immer noch ein Spiel, so, ne? Aber, naja. Ich finde eigentlich die Mechanik besser, wie es jetzt bei Green Hell oder bei Seven Days to Die ist, dass du durch Verlust von Essen oder Trinken dann auch Einschränkungen in der Ausdauer etc. hast, also was ja der logische Schritt wäre. Das muss schon sein, finde ich. Das muss eine Grundmechanik von einem Survival-Spiel sein. Also wenn du müde bist, wenn du... Solche Sachen finde ich gut. Aber wie oft das halt auftritt, wie oft bist du hungrig, wie oft bist du exhausted und so weiter, das muss halt geregelt sein. Und das muss noch nicht mal ein Level-System sein, wie bei Seven Days. Ja. Also ich finde, diese Entwicklung ist unnötig. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was könnte so ein Open-World-Survival-Spiel wie Deadside besser machen oder was müsste drin sein, damit es besser wird, fällt mir ehrlich gesagt auch nichts ein, weil die Geschichte ist erzählt. Meines Erachtens. Also... Ja, sicher, die Geschichte ist erzählt, aber so ein Spieler, der so was mag, der wartet immer irgendwo auf... Sonst würde es doch gar nicht so ein Spieler geben. Der wartet immer auf so ein neues Survival-Game, wo das noch nicht so verbraucht ist. Aber was für den Anfang, um Scum zu spielen. Also ich glaube, das Spiel lebt doch jetzt am Anfang nur, weil es neu ist und weil es dieses Genre bedient, was bei anderen schon funktioniert. Und sonst... Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Sonst wird es nicht weiter... Ja, aber es hat irgendwo... Hast du aufgeschrieben? Es hat irgendwo das Potenzial, ein bisschen besser zu werden. Ja, ja, das immer. Es kommt darauf an, was die Entwickler machen. Da könnte man ein Scum-Bases bauen? Das weiß ich nicht. Man konnte ein kleines Lager aufschlagen, weiß ich. Das ist mir bewusst und da weiß ich nicht. Aber Base-Building ist auch immer so fraglich bei solchen riesigen Maps. Aber klar, natürlich die Community, Arma und... Wie ist die Exit? Ne, wie ist die? Die Arma-Drei-Mod. Hilf mir. Haben wir gespielt. Vom Anfang... Exile. Exile, gell? Exile, genau. Genau. Solche Sachen, die machen es ja vor. Das sind ja diese Spieler, die das auch sehr detailliert an können. In der Mischung mit Arma, mit dem detaillierten Fahrzeug-Crafting, dass du halt irgendwelche Bauteile eines Fahrzeugs zusammensuchen kannst und diesen ganzen Kram. Klar, diese Spiele sind alle alt und sind oft pain in the ass, was die Performance angeht. Also, wenn wir jetzt mal nicht Daisy Standalone nehmen, weil ich glaube, das hat sich performanstechnisch gut entwickelt, meine ich. Ja. Ich weiß nicht. Hat sich relativ gut entwickelt, ja. Oder hat sich einfach nur die Hardware entwickelt und das Spiel nur langsam, weiß man nicht. Wahrscheinlich beides irgendwie. Ja, aber da ist mir auch, also... Da sind mir zu wenig Autos und zu wenig Möglichkeiten irgendwo, weißt du? Bei Daisy. Und die sind... Du musst jede... Du musst jede... Jede Patrone einzeln in die Kammer packen und ins Magazin und dann findest du ein leeres Magazin. Das ist mir zu... Das ist... Nee. Das muss nicht sein. Das ist too much, ja. Also, passenden... Jetzt bei der Zeit ist es eigentlich schon gut, finde ich. Ja, du findest die Munition und hast dementsprechend gleich ein Magazin und du lädst immer ein Magazin nach. Ich habe ganz, ganz selten nicht die richtige Munition zur richtigen Waffe gefunden, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass jemand das ausgetauscht hat. Ja, genau. Sich die Waffe geschnappt hat und die Munition nicht liegen lassen, oder? Weiß ich. Das ist eigentlich ganz gut, weil du dann halt gerade in so einem PvP-Spiel auch jederzeit wehrhaft bist und nicht so ein Freshspawn bist, ohne irgendeine Möglichkeit, dich zu wehren, ne? Dann geht das schon. Ja, stimmt. Das ist auch okay. Das gibt ja nichts frustrierend, als du findest keine Waffe und der nächste zieht dich einfach ab. Gar kein Problem. Es gibt ja nichts Schlimmeres. Stimmt, ja. Das ist wie, wie heißt das, das andere Spiel, Battle Royale spielen und du droppst, findest keine Waffe und der neben dir droppt, der hat eine Waffe gefunden. Das ist dann kaputt. Ja, genau. Last Oasis, um bei Spielen zu bleiben. Ja. Ist ja jetzt seit ungefähr einer Woche wieder am Start. Ja. Anscheinend, was ich jetzt mitbekommen habe, größere Schlachten, also mit irgendwie 60 Spielern, scheint anscheinend ein Performance-Thema dann zu sein. Also wir haben das ja, glaube ich, festgestellt, als wir zum ersten Mal live gestreamt haben, dass wenn man mit vielen Spielern zusammen rumläuft, dass die Performance echt übel in den Keller ging. Ja. Und das scheint bei Last Oasis weiterhin der Fall zu sein. Wie ist dein Interesse zu Last Oasis? Ja, mit diesem Wissen und mit der Tatsache, dass man wirklich irgendwo ein großes Team braucht, ein relativ großes Team, um irgendwo standhaft zu sein. Weil es gibt ja wohl riesige Teams, die diese Server einfach zermatschen, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Obwohl es schick ist und cool ist und wahrscheinlich auch mal cool sein kann, in einem großen Team zu spielen. Aber wenn es mir nicht die Möglichkeit, also wenn ich nicht mehr so ansatzweise eine Chance habe als Lone Wolf oder als Zweimann-Betrieb. Kannst du anscheinend. Aber du kannst dich nicht mit denen anlegen. Nee, und du kannst auch nicht irgendwelche großen Würmer jagen, die PvE-Elemente ausmachen. Und das geht nicht. Und das geht halt, natürlich kannst du da leben und immer wegrennen. Aber das wäre irgendwie cool, wenn man... Das widerspricht der Spielmechanik. Und das finde ich so schade, weil ich finde, zum Beispiel Arc macht das ganz gut. Auch wenn jetzt Arc jetzt in die Jahre gekommen ist und das alles nicht mehr so spannend ist. Aber ich muss sagen, dass jetzt in Sachen Arc, weiß ich nicht, da spiele ich Green Hell jetzt aktuell viel, viel lieber. Weil das irgendwie so neu ist, weil man da, weißt du, so merkt man... Ja, stimmt, das ist... Ja, finde... Also Green Hell finde ich ja zum Beispiel diese Halluzinationen. Finde ich ja echt geil. Also geil, weil du siehst die nicht. Ich drehe total durch, weißt du, weil ich ja wirklich in Gefahr bin in dem Moment. Die tun dir ja wirklich weh. Und so, das macht schon Laune und das ist cool. Coole Mechanik, cool Element, ja. Ja, überhaupt die ganzen Verletzungen auch, dass du halt irgendwie ein Würmchen unter der Haut rauspulen musst. Ja, wenn du eine Frau nicht schlecht geguckt, als ich dir das... Und dann da noch irgendeine Heilbandage mit einer Heilpflanze machen musst. Und es wird wirklich gar nicht so gut erklärt. Das heißt, du musst in dein Büchlein gucken, was du dir aufgeschrieben hast. Weil alles, was du nutzt, wird auch protokolliert, was es kann. Und da ist halt diese... Da gibt es halt eine Tabakpflanze, die kann halt antiseptisch wirken. Also da machst du dann irgendwie ein Bandage draus, die dir dann die Entzündung aus der Wunde rauszieht, wo du gerade vorher den Wurm rausgepult hast. Ja. Den Parasiten ist, glaube ich, eher ein Parasit. Ja, und es ist halt schon ein krasses Spiel. Und ich muss sagen, ich habe es heute im Livestream gespielt und bin wesentlich klarer durch das Spiel, hätte ich gehen können, als wir es zusammen gezockt haben. Weil da bist du so hilflos. Also klar steht alles im Buch, aber auch das mussten wir ja erst mal lernen. Wir haben zwei Aufnahmesessionen gehabt. Und haben irgendwie nur eine halbe... Eine mit Nullahnung und eine mit Kommentarahnung. Aber auch das, was in Kommentaren steht, musst du dir merken und musst du umsetzen. Und das Spiel ist halt echt kompliziert. Also da kannst du halt nicht... Wir haben ständig auf dem Boden geschlafen. Wir haben nach fünf Folgen noch auf dem Boden gepennt und nicht mal ein Bett gemacht. Das hat uns schon viel Ärger erspart. Aber solche Grundsachen... Das macht es halt irgendwie spannend, dass du das halt nicht von Anfang an weißt. Auch wenn Kommentare natürlich dann alles besser wissen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber in dem Fall muss man sagen, es hilft natürlich auch ungemein. Ich habe heute einen Livestream gesehen. Ich habe heute eine junge Dame geradet nach dem Stream. Ich mache das ja immer, dass ich im Livestream danach mir einen kleinen Streamer raussuche. Ich fange ganz unten an, wer null Zuschauer hat und dann möglichst mit Kamera. Und dann versuche ich auch mal ein Mädel zu erwischen, weil ich finde, die sind viel zu in der Unterzahl im Gaming-Bereich. Oder zumindest auch gerade bei solchen Spielen, wenn es um Survival oder Seven Days to Die geht eigentlich. Aber da schon eher auch am Start als bei anderen Spielen. Stimmt, ein paar Survival-Seven Days-Ladies. Und die Dame, die hatte auf jeden Fall schon ein funktionierendes Dorf mit Lehmwänden und so einem Innenofen. Und das wird ja alles auch so schön simuliert, dass du Sachen hinlegst und die dann davor brätst. Also das ist ja nicht dieses Crafting-Feld, wo du ein Stück Fleisch reinlegst und Eier und dann hast du Spiegeleier. Sondern du machst ja wirklich, das liegt ja da irgendwie. Ja, richtig. Was hältst du eigentlich von diesem neuen Valorant? Hast du da... Zugang habe ich, aber noch nicht gezahlt. Mhm. Echt jetzt? Ja. Counter-Strike mit Overwatch gemischt. Den kannst du mir nochmal... Wenn ich den Kontakt geben, den ich angeschrieben habe. Alles klar. Ja, ich hatte am Anfang auch die ganzen Streams geguckt und praktisch dann drauf gehofft, da irgendwie einen Drop zu kriegen und dann praktisch den Zugang zu Valorant zu bekommen. Ich habe mehrere Stunden bei Leuten zugeguckt und nichts abgegriffen. Und dann habe ich irgendwie den Kollegen angeschrieben. Da habe ich Fischi, Fischkopp, liebe Grüße an der Stelle und danke nochmal. Er hat mir dann gesagt, schreibt mal den Community-Manager von Riot an. Und das ging ja relativ zügig. Danke auch nochmal dieser Stellung, unbekannterweise. Wenn man so einen Erstkontakt macht und will direkt was, das finde ich immer so ein bisschen unsympathisch. Aber ich glaube, die sind es halt gewohnt. Die werden wahrscheinlich noch ganz andere PNs kriegen. Wahrscheinlich. Mach mal vor, ich schau mal. Hey, kannst du mir bei LOL mal was Großes geben? Genau. Gib mir mal ein paar Skins. Mach auf Werbung. Ja. Aber, jaja, ich kann nicht zu sagen, habe ich nicht gespielt. Also ich habe mir Streams angeguckt. Zwangsläufig dadurch, dass ich ja da auf so einen Drop gehofft habe. Was ja auch hier Viewbot bei SL war. Ich habe bei Summit. Summit hatte 260.000 Zuschauer oder sowas. What? Ja, 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 ja. Also gut, das sind natürlich auch diese ehemaligen CS Pros. Ich glaube, der kommt ja aus der Counter-Strike-Szene. Ist er, aber der spielt ganz selten. Ja, er kann es auch. Also was ich jetzt gesehen habe bei Valorant. Da ist er bei Escape from Tarko. Ja, ja. Ja, aber man hätte, also man sieht auch, dass der da auch seine Sorgen hat. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie er in Counter-Strike wäre. Der war ein Profi. Ja, das weiß ich. Deswegen sage ich ja. Und ich habe ihm bei Valorant zugeguckt. Und ich finde, dass er da nicht so dominiert, wie er es bei Escape from Tarkov oder so kann. Ach so. Gut, das sind halt auch neue Spiele. Du musst Spielmechaniken, Gun Pattern, also wie die Waffe rausschießt, wo du hinstreut und so weiter. Wo die Profis sich halt mit beschäftigen. Musst du dich schon auseinandersetzen. Und das ist was, was, glaube ich, auch ein bisschen Zeit braucht. Das machst du nicht immer. Also ich würde schon zumindest mal, es reizt mich nicht 100 Prozent, aber ich würde gerne, ich würde das gerne mal fühlen. Weil alle sagen so, das Spiel hat einen guten Netcode und fühlt sich, Gunfeeling ist gut und so. Genau. Und ja, könnte schmecken. Schmecken. Das, was ich mitbekommen habe, ist wirklich so, das scheint ein Counter-Strike zu sein. Ja, ja, ist es. Und die Map ist ziemlich ähnlich aufgebaut. Ja, genau. C lang. Aber die Charaktere haben halt so Fähigkeiten und jeder Charakter hat verschiedene Fähigkeiten und so. Und das erinnert dann wieder an Overwatch. Also ich muss sagen, ich wollte es einfach nochmal ausprobieren, bin jetzt noch nicht dazu gekommen in der Zeit, aber ich glaube, dass dieses Spiel zu hart Reaktionen erfordert, was zu erkennen und so weiter. Also da bin ich wahrscheinlich ganz, ganz hinten nach. Keine Ahnung, ich hatte dazu geguckt, ich hatte einfach nur, weil es mich interessiert hat, weil man halt Gamer ist, wollen wir das alles mal ausprobieren. Ja. So sehe ich das, was machst du hier? Wird es besonders präsent? Nee, ich will gar nicht, ja nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Gut, eigentlich nur ein... Egal. Ja, Valorant kann ich nicht so sagen und ich glaube, ich erwarte jetzt auch nichts, dass das so mein Hauptspiel wird. Also Overwatch damals war schon so ein Ding, da haben wir zum ersten Mal auf der Gamescom angezockt und das hat schon Laune gemacht. Und das war halt auch so belohnend für jemand, der so ein Spiel nicht gut kann. Und ich meine, Serendipity hat angefangen, meine Frau hat damit angefangen, Overwatch überlang zu spielen. Ja, die hat ja auch lange gespielt, ja. Und das ist schon was, was ich nie erwartet hätte, dass ich meine Frau mal zu so einem Shooter hinkriege. Und das war ja auch in der, dadurch, dass es halt so leicht zugänglich und so schön bunt war, war das ja viel ansprechender auch für die weiblichen Zockerinnen, ohne jetzt hier irgendwie dieses Gender-Fass aufmachen zu wollen. Aber es ist halt nun mal so, dass gerade in so Shootern und auch Seven Days to Die etc. weniger Frauen unterwegs sind. Wobei Seven Days to Die reizt noch einige mehr durch dieses Crafting-Elemente und so weiter. Ja. Jo, Counter-Strike. Hast du irgendwie Counter-Strike aufhin gewesen in deiner Jugend? Ja, in meiner Jugend schon. Ich bin, mich zu Hause rauszuschlichen, um auf Lahn-Party zu gehen, um Counter-Strike zu spielen. Okay. Ich ging so ein bisschen an mir vorbei. Ich hatte keinen Rechner, der das konnte und ein Kumpel hatte das und durfte auch raus und durfte dann um die Zeit, glaube ich, da war ich 14 oder so. Und dann habe ich mich zu Hause rauszuschlichen des Nachtens und bin dann auf die dörfliche... Lahn-Party gegangen. Ja, genau. Und zwar. Was? War das Gemeindezentrum, war immer der Treffpunkt. Also wir hatten durch die Kirche so Räumlichkeiten. Das war ein Schützenhaus. Ah, okay. Verstehe. So vieles. Haben die. Die gemachte war schon cool. Ja, und dann auch bei Counter-Strike, Source siehst du damals, zeigt so ein bisschen, wie es spielt, aber nicht wirklich. Source ist ja, glaube ich, das aktuellste. Nee, das ist CSGO. Source war die Engine, die da mit Half-Life 2 rauskam. Ach, stimmt, ja. Verwechselt. Da kam, ähm... Da kam das. Nee, CSGO war schon wieder irgendwie raus aus dem Thema. Ja, ja. Vorher haben wir es auch gezockt, aber die ganz, die ganz Harten, die haben ja 1.6 begonnen, also Version 1.6 von Counter-Strike. Das war immer so, du spielst nicht 1.6, aber voll lame, weil das andere ist ja viel zu kommerziell, weißt du, so. Ja, ja, richtig. Willkommen bei den Spielen, die kommerziell sind bei Steam. Weil es ja auch eigentlich nur eine Mod, siehst du? Also Counter-Strike ist ja nur eine Mod gewesen von Half-Life 2. Also das ist schon... Da kannst du mal sehen, was so eine Mod kann. Half-Life 2 oder Half-Life 1? Ich meine Half-Life 1, oder? Ja, hast recht, Half-Life 1. Hast recht, ja. Weil Half-Life 2 war zu... Da war ja Source Engine, da war ja schon ein anderer. Da gab es ja lange schon 1.6. Egal. Richtig. Nee. Half-Life 2 war das erste Spiel bei mir auf Steam. Ja, deswegen habe ich Steam. Absolut. Krass, oder? Das war das erste Spiel, wo Steam auch eine Mitgliedschaft erzwungen hat. Und das Freischalten der Dateien online, sodass du es verifizieren musstest. Ich weiß noch, das war voll das Problem. Boah, das war Steam, war der Pain in the Ass, gerade mit den langsamen Internetzugängen damals. Das weiß ich gar nicht mehr. Und auch diese... Ich weiß noch, was ich in Hass hatte, dass man auf einmal ein Spiel online... Ich muss eine Internetverbindung haben. Ja, das weiß ich noch, weil viele hatten Hass damals. Aber das waren halt auch Zeiten, da reden wir nicht über eine Flatrate, die dich im Monat mit Fast Internet hier verbindet. Dann reden wir nur bei 56k kurz danach. Ja, und die waren richtig teuer, wenn du da so ein Spiel online hättest. Oder du hattest i, das ist die N mit 100 Watt. Dann hatten aber die Eltern nicht ganz doll lieb. Oder der Papa war auch technikverliebt wie du. Oder so, genau. Wie ist der N-Telefon zu haben? Das hat nichts anders gemacht als ein analoges Telefon. Klar, die Verbindung war ein bisschen klarer und so weiter, aber du hast keinen Vorteil. Du telefonierst. Und dann haben die das verkauft als Videotelefonie, weiß ich noch. Ja, richtig. Dass man jetzt Video und dann dachte, du hast das so zu Hause erzählt, hast du jetzt gehört, da gibt es jetzt ISDN, da soll man ein Video. Und dann sagt die so, mein Vater so, ja geil, siehst du schon da nackt aus dem Bett, weißt du? Ja, stimmt. Und Oma ruft an, das will doch keiner. Und jetzt sitzen wir hier, weißt du? Beide nackt vom... Ja, beide nackt und der eine spielst du an eine Warzer und der andere nicht. Bricht. Mit FaceTime ist alles möglich. Auch dein Podcast von die zwei entsteht naturbelastend. Und wenn du unserem Patreon folgst, dann kannst du uns beim Podcasten zuschauen. Oh Gott, wie peinlich. Das will ich doch gar nicht. Das wäre doch geil. Also als Patreon uns beim Podcasten zuzuschauen? Ja, na klar, dann ist man live dabei, wie der Podcast entsteht. Macht jetzt übrigens ABFNR. Kostet 50 im... Was? Alle Wege führen nach Rom. Die Podcasts von Paul Ripke und Joko Winterscheid. Die machen... Nein, die machen es nicht in der Bezahlung, aber die machen Videocontent. Ach so. Ja, die machen praktisch einen Videopodcast. Die nehmen das praktisch auch für YouTube noch auf, wie sie sich unterhalten, aber haben das Bild halt dazu. Ja. Die machen übrigens, die nehmen übrigens, finde ich eine gute Idee, können wir uns mal überlegen bei Gelegenheit, dass wir den Inhalt, also die besprechen praktisch den Inhalt, was in der Folge vorkommt. Das nehmen wir am Ende des Podcasts auf. Über was haben wir gesprochen? So ein kurzes Ding, so zwei Minuten oder sowas. Und das kommt vor die Folge. Über was haben wir uns heute unterhalten? Ah, wir haben über das geredet und das und das. So wie so ein Inhaltsverzeichnis, weißt du? Lustig. Fand ich irgendwie, finde ich eine gute Idee. Weiß nicht, ob wir das übernehmen sollen. Weiß nicht, ob wir das... Ja. Müssen wir mal gucken. Heute auf jeden Fall nicht. Wobei ja unsere Aufnahmeprozedur ist ja meist bei uns so, ah, fertig, schnell, hochladen, du schreibst den Text, ich mach das. Und dann dauert es ja locker eine halbe, dreiviertel Stunde noch, bis wir hier durch sind. Ne, sagen wir mal eine halbe Stunde. Ja, aber wenn wir das jetzt nach davor schneiden müssten und so ein Kram... Ne gut, das würde die Aufnahme einfach nur um die Minute erlängern. Und dann müssen wir es in zwei Teilen machen und einfach anders zusammenfügen. Aber wir müssen überlegen, wie machen wir das jetzt, das so... Nö, wir sagen und am Ende, wir legen jetzt praktisch auf, sagen Tschüss. Und dann setzen wir uns hin und sagen, hallo, wir haben uns heute unterhalten über Verscheuungstheorien, CD und Hip-Hop, Schlager, schlechte E-D-Games. Ach so, dann nehmen wir die Lüste durch. Ganz genau. Okay. Das ist so wie Revue passieren lassen. Du sagst das so, als wenn ich doof wäre und ich weiß, was das heißt. Ja gut, der Ansatz ist bei mir immer gegeben, dass ich das versuche. Hast du denn hier so... Hast du mir beworfen? Ja. Motherfucker. So, komm, YouTube-Verlauf, Tschüss. Und dann legen wir auf. Lange Feuer, schöne Feuer. Lange Feuer, schöne Feuer. Nee, lange Feuer war es glaube ich gar nicht. Nö, Stunde sieben und dann haben wir jetzt noch ein bisschen YouTube-Verlauf. Und links haben wir noch gar keine drin. Der bieg auch mittlerweile echt schlecht in meinem Verlauf, aber ich hab auch keine Zeit. Bin ich geguckt? Ja. Ich guck mal, ich hatte mir einen Film angefuckt. Wie kann ich jetzt Netflix gucken, was ich mir angesehen hab? Gibt's da eine Watchlist? Nee, eben nicht. Mein Programm maximal. Aber es gibt keine Watchlist. Das ist echt scheiße. Weil ich will doch wissen, was ich mir auf Dings angeguckt habe. Gut. Weiß ich, ob dann irgendwie da steht. Das und so. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diese Woche ein bisschen Netflix geschaut und mir auch mal Filme angeguckt, die ich schon die ganze Zeit auf meine Liste gepackt hatte, aber nie dann geschaut habe. Weil im Endeffekt bleibt's bei meinem... Ich guck mal nebenbei etwas, was nicht selbst irgendwie Unterhaltung produzieren ist, ist dann nebenbei Serien. Und im Moment Vikings. Ja. Wir gucken grad auf Netflix, sind jetzt Staffel 4 irgendwo in die Mitte. Also. Ich hab heute... Wir haben heute angeguckt. Once Upon a Time in Hollywood. Oh ja. Gab's den zu mieten oder wo? Den gab's für 99 bei Amazon. 99 cents. Ah, den gibt's den noch. Oh, muss ich mieten. Das geht doch bis irgendwie... Weiß nicht, wie lange. Auf jeden Fall. Heute ging der noch. Okay. Warte, genau. Dann will ich mir den mieten, weil den will ich auch sehen. Ich hab noch den Joker da. Den hab ich noch nicht gesehen. Ah ja. Den hab ich im Kino geguckt. Günstig gemietet. War nicht im Kino, aber... Ja, also um jetzt ganz kurz das abzuschließen, was ich sagen wollte. Ich würde jetzt als Videotipp als erstes reinmachen. Kein YouTube-Verlauf, aber... einen Film-Tipp. Und zwar bei Netflix gibt es den Film mit Ben Affleck, The Town. Oh ja. So ein Kriminalverschwörung, Bestkumpel, Wir sind Künstler. Schöner Film, ist schon älter, ne? Ist schon... Ja, älter, 2010, aber ja. Der ist schöner Film. Schöner Film, 10 Jahre. Aber ist ein grundsolider Film und kriegt von mir eine 8 von 10. Definitiv ist es einer der sehr guten Ben Affleck-Filme. Er hat ja jetzt da auch echt auch Schind abgeben, stellenweise. Ja. Aber das ist wirklich ein guter. Und ich kann auch empfehlen übrigens, ähm, in dem Gone Girl von Ben Affleck, da spielt er sogar... Da macht er sogar einen Regisseur, glaube ich. Schöner Film. Ja, ist er hier, glaube ich, auch. Oder Producer oder sowas. Ich weiß nicht genau, ja. Ja, 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 ja. Und die Filme, wo er selber auch Producer ist, sind gar nicht so schlecht. Und auch... Ungewöhnlich, ne? Ja, ungewöhnlich. Ungewöhnlich gut. Ähm... Soll ich reinmachen, weil auch Cosmos Ben Affleck's... Mach ruhig rein, ja. So? Dann setz ich den mal für dich rein. Dann haben wir zwei Ben Affleck-Filme empfohlen. Nein, nein, nein. So wollte ich dich jetzt nicht, äh... Hast du gerade gesagt, du hättest gern Ben Affleck, ist dein Crush? Du hast mich jetzt... Eher Matt Damon. Echt? Ist das so? Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen Ben Affleck und Matt Damon, würde ich Matt Damon wählen, ja. Okay, da bin ich mal mit Ben Affleck. Der ist der sympathischere in meinen Augen. Die haben... Aber als Crush weißt du schon, was das ist, oder? Ja, ich weiß, so verliebt, weiß ich, aber... Ja. Da würdest du eher jetzt den Dings nehmen? Also, ich nehme dann eher den Lieben von beiden, ja. Ah, okay, cool. Ja, gut, macht ja Sinn. Klar, du willst ja keinen Stress haben in deiner Beziehung, ja. Ja, klar, das ist die logische Entscheidung. Auch wenn es komisch klingt. Ja, so tatsch, ja, so tatsch. Na gut, ich würde den Ben Affleck nehmen, ich finde irgendwie... Aber wobei, Ryan Reynolds ist schon sehr sympathisch. Obwohl, als Partner wird er wahrscheinlich anstrengend sein, aber... Da habe ich so ja als Mann einen Crush. Ja, das meine ich ja. Also, Ryan Reynolds ist echt ein Typ. Der ist schon echt super cool. Super sympathisch, lustig und sieht in meinen Augen ziemlich gut aus. Ich glaube, da war nicht nur in meinen. So, und von daher... Ja, das stimmt schon. Natürlich ist alles immer Geschmackssache, aber... Ich habe ein Video... Wirst du noch Sido nehmen, Nehmer? Ne, Sido verwenden als... Du können, wir könnten das, das Code Krümmer, das Ding mal verlinken. Können wir mal drinsetzen, ne? Ja. Aber einfach so... Ich habe nämlich ein Video, weiß auch nicht, wie ich darauf kam, und zwar... Kein Schwein ruft mich an. MTV Implugged Version von Max Rabe und seinem Orchester. Ist... Oh ja, sehr gut. Ja, aber... Das ist die Tango-Polka-Version. Da kommt nämlich ein Extrakünstler mit auf die Bühne. Schön... Also müsst ihr euch angucken. Richtig geil. Der heißt Pavel Popolski. Pavel Popolski. Und der hat so einen richtig schönen polnischen Akzent. Ist eigentlich, glaube ich, Comedian-Flash-Musiker. Und dann machen die in der Polka-Version, er hat ein Schlagzeug bei... ...in einem Koffer. Cool. Und aus dem Koffer macht er ein Schlagzeug. Hammer. Mach mal rein. Schön. Schönes Video. Geiler Typ. Okay. Ja, gefällt mir gut. Also musikalisch bin ich immer bei diesen... Max Rabe ist ja auch so ein klassischer Sänger und die können was auf jeden Fall. Also technisch, auch wenn es oft nicht die Musik ist, aber man kann ja auch sich was Abgedrehtes mal angucken. Ja, ich habe jetzt mal den Kurt Krümer und den Sido reingemacht. Ja. Nach deinem Link, einfach als, weil wir ja schon drüber gesprochen haben. Und ich weiß nicht warum, aber ich sehe nicht immer, wenn er streamt. Das ist ganz komisch. Also ich verstehe nicht, warum ich manchmal nicht sehe, dass er streamt. Oder vielleicht streamt er im Tag wirklich nicht. Also wenn ihr da auch... Also es ist auf jeden Fall auf YouTube. Ich habe ihn auf YouTube gesehen, wie er gestreamt hat im Tag. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Und das ist ein Best, ein Highlight aus einer der Sendungen, die in den letzten Tagen lief. Kurt Krümer. Also at its best. Ja. Ansonsten... Ähm... Nochmal eine Cookie-Show vielleicht? Du, das ist dein... It's your... It's your turn. Das ist dein Licht hier gerade. Was langsam erlischt. Ähm... Und zwar Best-Ever-Food-Review-Show heißt die. Äh, diese Show. Der YouTube-Kanal. Und, äh, die haben... Das vorletzte Video wurde in Afrika gedreht. Und es sollte eigentlich eine Reihe werden zu afrikanischen, äh, Speisen. Äh, noch genauer kann ich es jetzt gar nicht sagen. Das ist in einem bestimmten Bundesstaat in Afrika. Ist doch real. Mhm. Oder ist ja kein Bundesstaat, ist ja ein Land. Ähm, und, äh, wie komme ich jetzt drauf? Was will ich jetzt eigentlich erzählen? Ach so, ja. Und er kann diese... Ich, ich warte jetzt seit drei Tagen, seit vier Tagen darauf, dass die nächste Folge... Das sind immer so vier, fünf Folgen, sechs Folgen in einem Land. Und ich warte total darauf, die nächste zu sehen. Aber es kommt keine, weil er jetzt... Weil er jetzt... Wurde wahrscheinlich vorgedreht, weil er jetzt Lockdown ist und er nach Hause musste. Äh, kann ich, okay. Äh, so. Und das stresst mich gerade, aber die... Hahaha. Das stresst dich. Das stresst mich jetzt wirklich so gut. Ja. Die ist... Dass du drauf wartest, dass was Neues kommt. Ja. Also, in Namibia. Namibia ist es. Ja. Okay. Ich schicke euch diese Folge, guckt euch die an. Sehr... Ich finde es halt sehr interessant, was essen andere Leute als Snack, als, als auf der Straße irgendwie, als, ähm, ähm, wie heißt das? Als Mittagsbrot. Ja, was wird gesnackt in der Welt? Was geht? Was ist Street Food? Ja. Ich würde unsere Linkliste gerne abschließen wollen mit einem Tipp zu einem Spiel, was im Juni erscheint. Um Gottes Willen, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, irgendwann im Juni oder Juli kommt es raus. Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen und zwar Grounded. Ich glaube, wir haben uns schon mal unterhalten im Podcast darüber. Ist ein Spiel von, boah, ist das Microsoft? Da bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall, wer den Film kennt, Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft, der weiß ungefähr, was in dem Spiel geht. Wir überleben in einem kleinen Garten und müssen Sachen craften und es ist sehr bunt und anscheinend leicht zugänglich. Auf jeden Fall sieht das Gameplay gut aus, denn ich hab euch ein Video verlinkt mit 44 Minuten Gameplay von IGN. Der IGN nicht kennt, das ist ein ziemlich großes amerikanisches Videospielmagazin. Und die haben mit Entwicklerkommentar, kann man sich Gameplay von diesem Spiel angucken. Das sieht sehr vielversprechend aus mit Crafting und gegen riesige Ameisenkämpfen. Ich guck da gerade so rein, scroll so ein bisschen rum, das sieht richtig cool aus. Ja. Irgendwie, das ist mal, das ist mal eine gute Idee, was den Survival-Anspekt angeht. Ja. Das ist mal ein schöner, schöner, und dann haben sie es auch so cool gemacht und dann ist hier, das ist hier, dann liegt hier so Zeug und Müll auf dem Boden und dann kommen hier Läuse an und Zecken und so ein Kram. Ja, fett. Also richtig cool. Grounded kommt irgendwann in Juni. Bisschen, aber so ein bisschen, das ist ein bisschen Overwatch-Grafik. Das ist ein bisschen Disney, ein bisschen bunt, hast du schon gesagt. Genau, ja. Das ist, denke ich, auch für die Kids, die dann zu Hause mit der Konsole zocken, weil man sieht auch im Gameplay, dass da der Controller verwendet wird. Und ich gehe davon aus, dass es einfach beides, ich glaube, das ist sogar Xbox oder was, also Microsoft-Xbox-Bereich und von daher wird das für beides parallel entwickelt werden. Mit dem typischen Nachteil, dass wir wahrscheinlich wieder als PC-Spieler so ein bisschen dran kranken, dass das Spiel ein Konsolentitel ist. Weißt du, da sind ja oft Tastengelegungen. Kann sein, ja. Sind ja leider oft nicht so stiefmütterlich. Richtig. Wir lieben. Dann kann man Grashalme umhauen als Baumstämme. Genau, das sind praktisch die... Lustig, Entschuldigung. Klar. YouTuber, cool. Zumindest beim Kollegen Fleischhammer habe ich schon mal den Nerv getroffen. Vielleicht bei euch auch. Da würde ich auf jeden Fall reingucken. Das ist lustig, ja. Wenn euch nicht nur das Video, sondern dieser Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Wie könnt ihr das machen? Derzeit fällt mir nur iTunes ein. Dort könnt ihr eine Review hinterlassen. Wenn ihr natürlich jetzt nicht über Apple Podcasts hört, wird es schwierig. Aber wer das Apple Podcasts mächtig so darüber hört, würde uns freuen, wenn ihr ein Feedback da lasst. Ansonsten natürlich auch gerne Kommentare unter der YouTube-Folge, die auf meinem Kanal erscheint. Und da wird es übrigens aktiv. Gefällt mir gut. Die Leute fangen an zu diskutieren. Die Leute haben Bock, überhaupt unter diesem Podcast zu kommentieren, weil die Zuhörerschaft ist ja im Vergleich zu einem Gameplay-Video von einem Spiel wesentlich geringer. Also da haben wir vielleicht 600 Aufrufe, aber da sind ja immer noch 600 Leute, die zuhören und vielleicht hat der ein oder andere uns ja einen Kommentar zu lassen. Da würden wir freuen uns. Wir sehen. Kommentar schreiben du musst. In diesem Sinne, mit den Worten von Yoda verabschiede ich mich, wünsche euch eine entspannte Woche, bleibt zu Hause, bleibt vor allem gesund und wenn ihr gerade krank zu Hause liegt, dann auf jeden Fall gute Besserungen und noch schöne Ostern, wenn ihr das an dem Ostermontag hört und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich sage leise, scheiße und winket Tschüss.